So Leute, herzlich willkommen zurück bei den Shisha Brothers! Wir haben uns heute mal überlegt, wir machen noch mal so ein kleines Spaßvideo, soll jetzt nichts hochwertiges sein. Das wischt wirklich strahlend weiß. Späh Megaperls zum kleinsten Preis. Das ist schlau. Ganz genau! Und zwar einen kleinen Kopfbau. Wir möchten mal unsere etwas älteren Tabaksworten einfach mal verwerten. Das wäre einmal von Adalia der Double Yellow, den wir hier jetzt mit reinmachen. Nicht mehr ganz so viel drin, hört sich aber schon ein kleines bisschen trocken an, wie gesagt, mit einem Shitvideo. Dann der Code Dragon, von dem wir persönlich sehr überzeugt waren, gerade weil er an sich eine relativ gute Rauchentwicklung hat, aber Geschmack ist halt nicht für jedermann was. Cola sehr dominant, passt aber auf jeden Fall. Und am Ende zu unseren absoluten Adalia Lieblingen, Love 66 Klassiker, das sollte man eigentlich kennen. Der ist auch immer schön solide, der ist noch gut gefüllt und den wird man wahrscheinlich hier am meisten reinmachen. Als Kopf, den wir bauen, haben wir ein Oblaco M. Genaues Modell weiß ich gar nicht, weißt du es? Mono M. In Dark Brown oder so, keine Ahnung. Genau, keine Angst hier, der suppt nicht, der Kopf. Die kleinen Pünktchen sind extra von Oblaco so gemacht. So, fangen wir erst mal an. Was ist hier am nächsten? Das ist die Double Yellow Box. Filmen wir mal rein. Ja, bisschen gröberer Tabak auf jeden Fall. Bisschen Molase ist auf jeden Fall noch da. Mal an, wir haben hier noch einen Stopfen. Der passt da nicht rein. Also könntest dieses, äh... Ich könnte ein Mundstück nehmen. Dieses kleine Mundstück hier nehmen. Ein kleines Mundstück. Lifehack. Bam. Easy. Easy. Easy Game. So, ganz locker fluffig lassen wir das hier so ein kleines bisschen reinfallen in den Oblaco. Kann ruhig noch ein bisschen mehr Melone. Melone schmeckt eigentlich immer ganz, ganz gut. Wenn er nicht gerade ein bisschen älter geworden ist. Ich denke, das reicht auch schon an Melone, was wir hier haben. Wäre das so stark zugedreht. Ach, das war ich. So. Wir werden die Gabel sauber machen. Wir treiben hier absoluten Shit. Ist aber auch noch gut feucht. Das ist jetzt der Code Dragon. Schauen wir mal. Lass mal auch locker fluffig einen ganz kleinen Ohr wenig reinfallen hier. Teilen wir nachher natürlich alles noch schön. So. Und jetzt am meisten der absolute Liebling. Love 666. Wollen wir mal die Gabel sauber machen, dass der nicht verunreinigt wird hier. Gleit. Der ist auch noch feucht, oder? So stelle ich mir das vor. Der ist ja auch. Der ist ja auch. Der ist ja noch frisch hier. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. So stelle ich mir das vor. Finde ich aber ehrlich gesagt, sieht auch ein bisschen besser geschnitten aus. Also viel feiner als die vorherigen Adalia-Sorten. Wie? Wann haben wir den bestellt? Vor zwei, drei Wochen? Zwei Wochen kommt das hin? Sagen wir mal zwei, drei Tage. Okay. Okay. Zwei, drei Tage. Kommt auch gut hin. Lass mal auch locker fluffig reinfallen. Der klebt da noch so ein bisschen zusammen hier. Macht aber gar nichts. Na komm. Hu hu hu. So. So. Unterschied sieht man jetzt nicht direkt von den Tabak-Sorten. Von den Tabak-Sorten. Ja. Es bleibt halt Adalia so. Bleibt Adalia so. Ein paar größere Stücke sind dabei, sehe ich von hier. Ein paar Ästchen. Aber das ist alles halb so wild. Tabak ist Tabak. Willst du aber auch wissen, ne? So. Ich will es auch ein bisschen wissen. Der wird gleich noch schön angedrückt. Was immer das Problem war bei den Oblakut Funnels. So. 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 Ich habe schon so viel geraucht heute. Ist, dass das Loch in der Mitte ziemlich weit unten ist. Natürlich perfekt, wenn ihr gerade mal mit Alufolie rauchen wollt. Dann passt das schon. Dass die nicht so leicht angesaugt wird. Aber jetzt bei dem Funnel. So. Ich drücke den Tabak jetzt so ein ganz klein wenig an. Das auf jeden Fall von der Form passt. Müsste schon ein guter Noppenkontakt werden. Das ist ein Noppenkontakt Setup. Das Ganze hier ein bisschen ordentlich zu verteilen. Auf jeden Fall müsst ihr versuchen bei den Oblakum ein bisschen was von der Mitte weg zu kriegen. So. Ihr seht, es ist jetzt auch noch gut was. Ne. Was ist los? Gut was frei hier. Ein bisschen weg. Dass wir so ein ganz kleines bisschen in diese Richtung Donut gehen. Nicht overpacked. So. Hier hätte noch ein ganz kleines bisschen Tabak mehr hingekonnt. Aber es wird ja eh nur ein Shitkopf. Deswegen gebe ich mir jetzt mal nicht die übelste Mühe beim Kopfbau. Und ich würde sagen, es reicht sogar schon fast. Oder? Naja. Ich würde halt noch den Rand ein bisschen frei machen. Weil sonst ist es durch zu grip. Hier drücken wir. Gehen wir jetzt doch noch ein bisschen mehr in die Donutform. Drücken wir hier so ein bisschen weiter nach unten. Hier seht ihr auch, hier ist ein relativ großes Blatt. Das macht das Ganze vom Bauen nicht ganz so einfach. Genauso wie hier. Und da haben wir einen wunderschönen Kopf. Nehmen wir einmal hier das Mundstückchen raus. Seht. Ganz leicht über den Rand gebaut. Das heißt, wir werden schon ein bisschen Vollkontakt haben. Zieht sich natürlich das Ganze noch etwas ran. Und dann werden wir mal sehen, wie die ganze Kombi schmeckt. Was denkst du? Fazit erstmal davor? Oh, ich denke mal, es wird scheiße schmecken. Ich denke es auch. Bester Kopf ist natürlich jetzt auch nicht geworden. Aber wir schauen mal, was jetzt dabei rauskommt. Bis gleich. Cool. Gute 1,4 Kilometer gerannt. Uh. Ich war nicht jetzt. Ich bin 21 Minuten. Hä? Nice, Smartwatch. Gut gemacht. Also riechen tut es schon mal interessant. So. Lassen wir die ganze Scheiße nochmal zwei Minuten stehen. Und da sind wir wieder. Der Kopf ist fertig gebaut. Jetzt werden wir mal sehen, wie es schmeckt. Flo. Jetzt wird endlich geraucht. Uh. Musikalisch. Die ist da. Die ist da. So, auf geht's. Ich habe Angst. Pfer, an die Bude. Also es sind jetzt drei Kohlen drauf. Wir haben es jetzt nicht so lange stehen gelassen, weil wir einfach hype waren. Das heißt, jetzt wird noch vielleicht nicht so viel kommen. Aber übrigens gemerkt, es ist doch ein leichtes Vollkontakt-Setup geworden. Finde ich auf jeden Fall lecker. Schmeckt es auch lecker? Also ich... Also ganz ehrlich, ich merke an sich nur gerade den Love 66. So, wir beheben einmal schnell das kleine Durchzugproblem. Jetzt war wieder mehr von den Double Yellow dabei. Haben wir hier genug. Aber ich muss sagen, es schmeckt jetzt nicht scheiße. Mit meiner deutschen Präzision. Volkswagen. Das Auto. Steht da nicht ganz in der Mitte? Ah, war jetzt wieder schön auf... Äh, hat hier Oplaco. Oplaco. Der Molasseschlucker. Ja, also es schmeckt jedes Mal anders. Ist auch nicht schlecht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier rauskommt bei der Bude. Also ich finde, Love 66 auch dominant, aber der Melonen-Touch kommt gut durch. Ich finde es schmeckt lecker. Ich finde es schmeckt auch lecker. Aber von den Code Dragon merkt man halt absolut gar nichts. Code Dragon ist nichts. Ja, die Cola sticht halt bei den Code Dragon ziemlich raus, dass die halt wirklich kicken wird. Ja, das schmeckt bei jedem Zug anders. Also wir dachten vor allem, wir haben ja Love 66 und Double Melon. Müsste eigentlich ja ganz gut harmonieren. Alles ein bisschen fruchtig. Schmeckt auch echt gut. Aber dass die Cola so gar nicht irgendwie raussticht, finde ich echt. Ich weiß nicht, das ist glaube ich Cola Energy Code Dragon. Der Durchzug ist auch kacke, ne? Vielleicht so. Ich finde es geht. Ist okay. Muss mal ein bisschen transzern. Aber stabile. Bäh. Woah. Guter Zug. Soll ich die Cola schon mal runter nehmen die eine? Pfff. Also jetzt hatte ich... Boah! Also, wenn ihr Setup macht, die ersten fünf Minuten sind okay. Danach wird es kritisch. Spricht auf jeden Fall gut, ne? Just don't do it. Mach's einfach nicht. Jetzt chill mal kurz, puste das Ganze einmal ein bisschen aus, halt kurz ziehen, damit der Dreck rausgeht. Vielleicht ein bisschen auch was pusten, schmeckt echt fit, aber echt die Milone ist sehr dumm, das hätte ich nicht gedacht, weil es ja relativ wenig Milone drin ist, ein bisschen Code Dragon, aber ich hätte da lasse ich es mehr eingeschränkt. Das wäre gut, ich finde es okay, kann man ruhig mal machen, ist jetzt nicht. Also dafür, dass wir dachten, es wäre ein absoluter Crabkopf, schnell da hineingezimmert in den Oblaco, einfach die letzten Tabak-Sorten genommen, die wir hatten. So, wir rauchen jetzt das Köpfchen, einfach noch mal ein paar Minuten und geben euch dann noch mal ein kleines Becker. So, jetzt nach ein paar Minuten, zehn Minuten rauchen, ist die Rauchentwicklung eigentlich voll da, aber wir brechen das Ganze jetzt gleich an dieser Stelle ab, weil es einfach nur absolut scheiße schmeckt. Jungs, Mädels, nein, wenn ihr keine Ahnung vermischen habt, so wie wir, macht's nicht. Schaut euch lieber noch irgendwelche geilen YouTube-Tutorials an, welche Tabak-Sorten gut miteinander harmonieren. Die ersten Züge waren gar nicht so bad und mittlerweile sind wir bei einer Cola angelangt. Sind wir bei einer Cola angelangt und es schmeckt perfekt. Ein Clotter sieht jedes Mal ein Stück weg. Ja, das sieht jedes Mal ein Stück weg. Erstmal ein bisschen Red Bull nachspülen. Ich muss sagen, es dominiert jetzt viel mehr dieses Double Yellow. Von der Code Dragon habe ich bis jetzt immer noch nichts gemerkt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für diese Crap. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da. Es kann nicht beschissener werden als dieser Kopf. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Oh, das macht was. Haut rein. Auf ein bisschen. Hör mischiac, ey, ey! Um so was... Echt?